Moin, hier ist der Tim von G-Data. Eine ganze Reihe an kritischen Sicherheitslücken ist im aktuellen Update für Apples iOS geschlossen worden. Darunter sind auch einige hochkritische Sicherheitslücken, unter anderem im Webkit und im Kernel von iOS. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, werden aber sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunden oder der nächsten Tage bekannt gegeben werden. Fest steht allerdings, dass es Anzeichen dafür gibt, dass diese Sicherheitslücken in der Vergangenheit auch tatsächlich aktiv ausgenutzt worden sind. Das geht zumindest aus dem Text hervor, den Apple zu dem Update veröffentlicht hat. Wer also ein betroffenes Apple-Gerät, betroffen sind hier die Modelle vom iPhone 6 bis zu den aktuellen Modellen, der sollte auf jeden Fall umgehend dieses Update installieren. Wer ein Mobile Device Management einsetzt, über das die Software-Updates ebenfalls gesteuert werden können, sollte auch hier ein entsprechendes Update sofort anstoßen. Dass Apple angibt, dass eine bestimmte Sicherheitslücke aktiv ausgenutzt worden ist, hat relativen Seltenheitswert. Die letzten Male, in denen Sicherheitslücken auch gravierende Sicherheitslücken geschlossen worden sind, hieß es immer, dass es keine Anzeichen dafür gäbe, dass diese Sicherheitslücken auch tatsächlich in the wild ausgenutzt worden sind. Insofern ist das auch ein Indikator dafür, wie kritisch diese Sicherheitslücken sind. Wer ein betroffenes Gerät besitzt, der sollte ganz schnell über die Systemeinstellungen das entsprechende Update anstoßen und auch installieren. Gerade Sicherheitslücken, die den Kernel eines jeglichen Betriebssystems betreffen, sind kritisch, weil die im Prinzip die Eintrittskarte zum gesamten Rest des Systems sind. Das heißt, wer den Kernel unter Kontrolle gebracht hat, der kann im Prinzip auf dem Gerät schalten und walten, wie er möchte. Und das ist gerade in einem geschäftlichen Umfeld natürlich problematisch. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es irgendwelche neuen Erkenntnisse an dieser Stelle gibt. Ansonsten soweit von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.